Wir warten jetzt noch, bis Bravo das GO gibt und dann halt noch stopp, ey dann warten, warten, warten. Bravo, wie sieht's aus? War das falsche Funkgerät, glaube ich. War das 1-1-7er. Oh, sicher? Okay, gut, dann nevermind. Na, copy. Okay, Jungs, in Abfahrschreihenfolge aufstellen. Kommen. Bravo, hier Alpha, wie sieht's aus? Etan, ich sagte nicht los, ich sagte aufstellen. Kommen. Bravo, wir sind 100 Meter weg, wenn's jetzt schon Funkprobleme gibt. Kommen. Ah, what the deuce. Kommen. Eh... Vielen Dank. Vielen Dank. Faggot. Er kann alle übernommen nicht drücken. Ja, dann musst du das nicht übernehmen für ihn. Reicht mir aus. Wenn die abgesessen sind, bleibt mir so oder so in Rufreich, weil das ist egal. ECHO LEAD, BASS OFF, ihr macht hier einen Krach. BASS OFF. Bravo, hier Alpha, nochmal Radio Deck kommen. Radio Check. Gut, ihr seht's vielleicht, wir stehen etwas rechts von euch. Ihr folgt uns dann einfach und dann geht's jetzt los. Alles klar. Okay, Abmarsch. Was war denn das Problem bei Bravo? Also, ich hab keine Ahnung. Er hat etwas gefaselt von wegen, das Funkgerät war nicht aktiv. Deswegen... Ja, von Back und so, das kann sein. Ja. Das haben sie ja wieder geändert. Oh nein, aber dann hat sich verfahren. Ja. Ja. Gott, ey, mit drei Funkgeräten jonglieren. Ja, das ist geil. Ich finde das eigentlich auch peculiar, wie wir das jetzt gemacht haben mit den Funkmetzen. Aber ist okay. Kann man ja danach mal ansprechen. BAM! Ja, ja, haben wir fahren. Du weißt ja, wie schwer das ist. Hast du wieder gelernt. Alpha, höre. Funkstoff wiederholen, bitte. Shit is fucking Christ. Echo, von dir kommt mir nur das erste Wort an. Kommen. Jetzt kommt gar nichts an. D, dann anders. Ja, wir haben auch keine Ahnung. Mir egal. Ich hab 148 damit. Echo, kommen. Jesus fuck. Ich würde jetzt noch mal kurz klicken. Und vielleicht ein Wort, das war's. Kommen. Ja. Hall. Ja, aber... Hall ist dann weg. Aber es kann sein, dass es schon zwei Nudern ist. Nee, der schwimmt da links. Ja, keine Ahnung, ich sehe es nicht. Negativ. Echo. Kein Funk. Ich hör nur noch das erste Wort, du bist dann immer weg. Kommen. Was ist denn das? Power-Obschutz-Friege Also ist sehr praktisch und mehr von der ersten Port sind Echo Lead nochmal Radio Deck Was eiert ihr da vorne denn so? Was eiert ihr da vorne denn so? Jetzt kamen zumindest mal 3 Worte durch Echo Lead, aber das war immer noch nicht perfekt Aber das wird mal lustig Hm Okay Alpha mal herhöhlen Da hat momentan starke Schwierigkeit mit dem Funk Mit dem Little Burbs Äh Wird nicht schwer Gute Zeit, dass wir auf 1.3.0 update Äh 1.3.1 Ach ne R马ine Bauch Quote Alpha 1 Klar und deutlich Quote Clone Fuck yeah Das war nichts zu vermeiden. Natürlich, ihr wisst das hier ein Waypoint ist verdammt. Also hab ich das anscheinend auch geschafft nicht in unseren Vordermann rein zu fahren. Naja, das Auto scheint noch kein Problem. Ok, bravo hier Alpha, ab jetzt jeder für sich alleine, viel Glück. So Männer, sie liegen rechts ab und folgen der Strafe. Verstanden. Soll ich 1 monitoren oder 2? Alpha 1 hier Gliedpilot, ich wechsle mit dem WSO, damit wenigstens Iger die Ziele durchgeben und Funken kann. Kommen. Alpha 1 zustanden, Ende. Elon, hast du mich gehört? Kommen. Negativ hier, traf ich nicht über vorne, rechts. Richtig, rechts abbiegen unter der Straße, langsam folgen. Wir fahren mit Q. Kommen. Habe ich gehört. Ich bin wieder da. Schön. Wir haben natürlich jetzt ein Hambi zurückgelassen, Schatten. Ja. A white blue screen appears, sag ich nur. Oh. Wow, da ist er. Kannst du den? Ich bin ein Hambi. Juh, abbiegen. Er ist noch da, 2 Häuser, 3 Häuser weiter. 3 Häuser weiter? 3 Häuser weiter? Ecosack, wir müssen 3 Häuser weiter. Die haben auf den Helikos. Er ist noch 2 Häuser Block über die Straße in den westlichen Bereich der Rand. Westliche Bereich. Jungs rückt mal auf Wir gehen bis im letzten Jahr, rauen Ding los Ok, komm Renn zurück über die Straße, kommt zu euch Kommt zu uns, da kommt zu uns Kommt zu uns, da kommt zu uns Hier in Freim Graz oder wo? Ja, ihr sagt das aus nestlicher Richtung Du bist Medic, ne? Ich ja Da warst du jetzt mal Oh, ich seh ihn Da war ein Down Einfach ein Echo, wir haben ihn Komm mit Ja, geh du mach weiter Wir haben verstanden, da wo der herkam, da tummelt sich da noch einer Der sich ungefähr in ihre Richtung geguckt hat Da ist ein Bus in der Nähe Weiß nicht, ob ihr den schon seht Siehst du irgendwo einen Bus? Er kommt jetzt in die Richtung, wo gerade der letzte von euch erschockt wurde Er kommt in die Richtung des anderen Jetzt rennt er wieder Richtung Westen Scheiße Toll ist der Okay Ansonsten in der Plamalweg in eurer Nähe keine weiteren Nachbar Ich empfinde sich eingestellt, ich würde in deiner Tour atmen Okay, dann atmen Gut, wir gehen wieder zu den Humvees Du hast die FF gedatet? Sitzen auf und fahren weiter Ja, jetzt hab ich doch da das Ding Weißt du? Seht ihr meinen Laser? Negativ Schuss Ich denke, wer ist die Mitte rein aus? Ja, okay Schuss Oh, krass Eko, wir haben gerade einen einzelnen Schuss gehört Das war ein schweres Kaliber Das war ein schweres Kaliber Ich sehe nur einen Infantriffen Der auf der Position, wo ihr euer Messen erledigt habt Der hätte auch schrutzelnde gewesen sein können Glaub ich nicht Mal langsam Angeblich soll der Typ da sein, wo wir gerade den letzten erschossen haben Also zwei Block weiter links Also geradeaus zwei Block und dann links die Straße runter Er zählt auf uns Schon wieder Schon wieder Langsam der Straße nach, der Schütze schießt den Helikopter Aber ist das gut Schön, auf dem Little Bird, der aus Papier gefeiert ist Ja Little Bird Parfix Also gucken, wo ich fahren kann 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 Den war nicht, wo der Geschichte nicht gehört Hm Kann mal fett die Kamera Gott sei Du siehst ja nicht lange noch Bei dir haben die eben ja, ihr seid hinten und reingefangen oder? Was ich nicht vermeiden ließ Ja Ich war Äh Knapp 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 Auf euch herum keine normalen Fides Seid drauf, wir sind gemein Dann wird Krachen noch einen Meter Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich gucken soll Und Umsicherung Komm schon Ja 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 Kann man Ja Dann hat die Ja 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 Wenn wir der Straße weiter folgen, haben wir demnächst links Kontakte, also auf die linke Seite verstärkt achten. Wer war denn das? Ich weiß nicht. Aber diese blöden Achselräume, Mann. Füllen vor uns? Halt! Stopp! Direkt vor. Probieren wir nochmal. Einträglich bis zum Hohenstein. Wird bereits langgegriffen. Schräg links hinten sind noch drei weitere viele. Schräg links hinten sind noch drei weitere viele beim Helikopter. Einfach auf 8. Warte, 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 warte. Wie ist das so? Blitzgänger Liste Seite, an der Kreuzer LOL Die haben gerade einen Hubschrauber ab Zumindest... Nee Nee Echo 2 Geht nicht durch die Bäume durch, oder? Nein Seh's? Ja, Spot on Hab sie, hab sie, hab sie Ich hab einen Nee, nee, da rennen noch zwei Eine rennt nach rechts Ja, ist immer noch hinter dem Baum Und noch am Ende dahinten Dann müsste eigentlich Platz sein Ja Soll ich trotzdem feuern, oder soll ich lassen? Spar die Munition Nein Da ist immer noch einer Da ist er Da Wow Oh crap, Magazin, Leute Was ist mit dem los? Steht mal das Feuer ein, ich glaub der ist verwackt Irgendwie schon Die Locken, die haben wir irgendwie gebraucht Also da läuft ja Gar nix Ja, der ist ein deutlich tot Da kommt noch einer der linksgeraden Vor den Bäumen wieder Ja 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 Das ist mein Schiff, das ist los Der wurde definitiv Ja Und dann entweder die zwei Häuser hintereinander Und links hinter dem Weiten Haus Nee, lass drinnen Da sind dann noch 2 Soldaten. 15 Schuss hatten. Achso, ich hab nicht gesehen. Bestand. Korrigiere 3. Immer den Gurt leer schießen. Immer den Gurt leer schießen. Immer leer schießen. Kommt einer. Bei den Bäumen wieder. Ja, ist mir auch schon eingefallen geworden. Aha. Shit happens. Was? Mehr mit 2 Boxen einpacken oder was? Ja. Also. Ja, mach mal. Der Sucker da. Oh, der schießt ja. Einer scheint dort zu sein. Einer hat sich im Leben gemacht. Keine Anstalt. Sie sind zurück zu bewegen. Und den anderen haben wir hier auf morgen verloren. Das ist vermutlich nicht in den Häusern. Bald an den Baumen. Ja, ich sehe es. Ich bin also 2 Meter auf meinen Diggel verloren. Ist denn ein Stück mal da rüber? Ja. Folgen alle 3. Darüber. Die hinter dem. 2. Haar. Ja, ich schaffte den FD-Kommeyer. Und wir zu den Bewegen. Ähh. Shit. Ähh. Shit. Ähh. Okay, folgendes. Ähh. Fahrer und Schützen in die Humvees rein. Und dann langsam. Aber ganz langsam vorwärts. Ich und Stefan rücken dann nach. Zu Fuß. Vorwärts. Wann dann nicht weg. Wann wir dann weg. Sparen auch. So. Steuern. Und dann ist das nicht weg. Das ist nicht weg. Das ist gut. haben wir damit jetzt eigentlich schon einen SUV geflätigt von dem Ziel? ja ich muss nachleihen der ist ja positiv